ich habe noch eine woche ich bin dann am siebten wieder da marcus am wochenende wollte sie ja formel 1 machen ich habe jetzt noch zum beispiel frei vielleicht könnte man da auch noch mal eine session wenn du bock hast müssen wir dann gucken aber es geht jetzt irgendwann langsam auf meinen urlaub zu ich fliege jetzt in vier wochen urlaub vielleicht dass ich da ein bisschen was hat schweiz du fliegst in die schweiz ja das heißt ich bin dann neben freitag in vier wochen dann nicht da sehr 25 august das ist ein bisschen das heißt wir haben heute und nächste woche bin ich da auf jeden fall weil ich samstag frei habe und danach und danach haben wir erst mal ein minimum zwei wochen pause also zumindest für mich ihr könnt ihr danach die woche ja wieder machen ich komme dann dientags wieder ich muss auch gucken wie ich jetzt mit meiner renoviererei vorankommen naja jetzt kann ich mir doch die wohnung einrichten wie ich will alles gut geht darauf anfangen gilt auch für mich ne falls du irgendwo ich hab da gerade mal ein bisschen luft ganz bescheid sagen ja ich sag bescheid wenn ich mal was brauche und wenn mal ein anfangen und wenn es mal was großes paar sachen holen ich habe großes auto mittlerweile ich habe ein bisschen platz das weiß ich doch das hätte ich auch die infrage gestellt so schauen wir mal was wir haben also durchbruch machen bringt brauchen wir nicht ich höre schon die ersten drohnen hier bei uns ich habe sie schon gefunden und befestigt die kunden Da war noch eine Drohne. Genau, nicht, dass du von oben noch das von ihrem Ding abkriegst, das wäre ja schlecht. Hier ist so eine, ach man, wir sind schon bei der Bombe, ich war da noch mit der Drohne. Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt, er muss zerstört werden. Der erste war nur ein Warnschuss. Entschärfer lokalisiert, die Bomben schützen, den Entschärfer deaktivieren. Hinter der Bombe. Der Blitzer hat sie sogar noch erwischt. Nee, das war der eigene Mann, so wie ich das richtig gesehen habe. Maki, willst du Dings nehmen, Kapka Nord? Nö. Okay. Gesundheit. Gesundheit. Schönheit. Gesundheit. Gesundheit. Hornschiffen, sag mal... ... Wie ist denn deine Drohne? Die ist ja hier drunter. der gegner hat eine bombe lukas macht euch anrufsbereit schon wieder raus meine fresse auf jeden fall irgendwo da auf der seite müssen sie sein weil die an der zugungssperre zerschossen wurde scheiße die anhaltsamal one shot die das war vielleicht gar nicht so schlimm zu laufen schade ist sie auch nicht der war zu präzise auf dem kopf mit dem ersten schuss aber werde jetzt rein gerannt wäre sie weg gewesen weil die tour sperr und die andere lag ja wenn sie beide weg gewesen er hatte keine lust gehabt wollte nicht mal los sagen ich habe schon was ähnliches gefunden hier in der party alles bombastisch leute wir brauchen keine silvestre wir sind das ganze jahr der knaller warum also schild auch da hat er aber die ganze einstellung sind nicht übernommen ha 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 ich lade nach es hat es Klatsch aktiv. Klatsch-Hack-Vorgang. Helfer-Seite sind abgeschlossen. Hack-Vorgang. Gerät konvertiert. Linke Seite in dem Raum drin. Starte-Hack-Vorgang. Klatsch-Online. Ich hab nur ein Schild gesehen. Stein! Der Jäger. Jäger sitzt hinterm Bett. Tag-Vorgang eingeleitet. Ressource konvertiert. Zwei sind weg. Gerät wurde konvertiert. Ich verschwinde. Ach man. So eine scheiß... Granate oder was das war. Hack-Vorgang. Ressource erlangt. Der ist in der Ecke hier. In der Ecke hier hier. Bei der A, wo A direkt wo es im Polar ist. Der Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Einer der eigenen Truppe verbleibt. Wie oft sprüht denn dieses Scheiß-Ding an der Tür, Alter? 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden übrig. Noch ein Gegner übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Rechts. Eigener Druck wurde eliminiert. Also... Also... Also Sunny... Dein... Dein E-Sports... Äh... Ähm... Musst du noch finden. Das war krass. Ein bisschen. Ich sehe auch so alt aus, aber das ist eine andere Geschichte. Musst du noch... Danke. 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 Die Gelegenheit der Ecke.